Willkommen Burak mein Name Eigentlich Mike aber Mein Spitzname ist Burak Und der Name dieses Channels So genug gequatscht Das Stop Room Das Lager Der Lagerraum Check die Links in der Beschreibung ab Und dann gehts hier los Hier ist es wichtig Wenn ihr kein gutes Gier habt Geht die Räume direkt Weil die Vampire Die hauen richtig rein Verstecken Selbst ich denke mal Werde jetzt sterben Ziemlich schnelle Instance Ziemlich schnelle Instance Und weil sie nur einen Boss hat Der ist auch schon Ja das war's auch schon Alles klar Dann bedanke ich mich Und zum nächsten Video So Bis zum nächsten Mal.